Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed mit mir The Gentleman. Wir laden gerade bei 85% die Main Storyline. Hatten wie wir ja heute Morgen gesehen hatten nur noch aktuelle Missionen von Queen Victoria offen. Und schauen wir mal wohin sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe mir anderthalb Liter Tee schon mal auf Vorrat gelegt. In diesem Fall einen schönen grünen Matetee geröstet mit Vanillearoma und Milch, damit das Vanillearoma ein gutes Stück besser durchkommt. Und habe noch den Rest meines Käffchens. Also was soll schon schief gehen oder so ähnlich. Ja, hier haben wir die Mission von Vicky. Haben hier noch so ein bisschen allgemeine Füllstoffmissionen. Aber das war es denn auch. Also gehen wir erst mal zur Operation Dynamitboote über. Moin Chef. Wir dürfen uns hier jetzt offiziell hier drin bewegen. Und die Tür ist leider dicht. Das heißt ja fein, Junckchen. Operation Dynamitboot. Halten Sie eine neue Templerfraktion davon ab, Dynamit nach London zu bringen. Das klingt doch schon mal spannend. Hallo, meine frisch geehrten Freunde. Eure Majestät. Uns kam zu Ohren, dass der Crawford Starricks Tod eine gewisse Geheimgesellschaft verzweifelt nach einer neuen Führungsspitze sucht. Eine neue Fraktion ist bis London vorgedrungen, um nach der Macht zu greifen. Fürchtet ihr um euer Leben, Ma'am? Nein. Wir befürchten, dass die Bewohner dieser großartigen Stadt leiden müssen. Wir appellieren an sie, diese Intrige zu verhindern. Verlasst euch ganz auf uns. Ein Getreuer erwartet sie mit Anweisungen an den Docks. Ihre Arbeit beginnt unverzüglich. Das ist doch mal eine Aussage. Wir wollen ja schlussisch nicht auffallen. Also nehmen wir den Weg hier über die Dächer. Ich bin Alfred Flemming. Ich leite den Secret Service Ihrer Majestät. Eins nach dem anderen. Wir müssen das Gebiet von allem Räumen, das den Feind alarmieren könnte. Wie diese Polizeikutsche. Könnten Sie sie vielleicht entfernen? Oh, das Mädchen. Oh, Mädchen. Was ist die nächste Aufgabe? Das war ja nicht gerade kompliziert. Gute Arbeit. Nun, meine Agenten sind hier, verkleidet als Zivilisten. Bringen Sie sie für den Hinterhalt in Position. Bald wird ein Schiff aus Boston eintreffen. Seine Fracht? Dynamin. Die Crew? Templar. Was halten Sie von einem Hinterhalt zur Begrüßung? Das sein muss, muss eben sein. Das ist ein Schiff. 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 Das heißt. Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. Ich glaube, du hast nur auf mich geschossen. Ich schuze dir recht. Wir sind hier fertig. Das ist die Anführung. Das bekommen wir doch auch. Oh, wow. High on it. Ja, schön. Dann viel Glück dabei. Bitte sehr. Vielen Dank. Jetzt übernehme ich. Meine Leute werden die explosive Fracht merken. Das war sehr gute Arbeit heute. Ich werde mich noch etwas mit unserem geschätzten Gast unterhalten, um zu sehen, was er und seine Freunde aushäcken. Lassen Sie mich wissen, was Sie aus ihm herausbekommen. Natürlich. Damit haben wir schon mal die erste Mission wieder für die Queen erfüllt.